Herzlich Willkommen am Spiellochsee in Friedland. Zum Verkauf steht dieses wunderschöne Einfamilienhaus in der Nähe des Schwielochsees. Das Bestandsgebäude wurde im Jahre 2000 kernsaniert und in den Folgejahren hochwertig neu gestaltet. So finden wir kein klassisches neues Haus vor, sondern ein wirklich gewachsenes und entwickeltes Gebäude. Der Stil des Hauses wurde einheitlich durchgezogen. Etwas im Landhausstil, wie diese Einbauküche, die auch im Haus verbleibt, die rustikalen Fußböden, die Wandgestaltung, Fassadengestaltung und auch die Fenster. Alles ist sozusagen in einem Guss entstanden. Das Erdgeschoss verfügt über ca. 113 Quadratmeter. Mittelpunkt ist dieser Wohnbereich. Gleich im linken Teil befindet sich ein Kamin, der individuell gestaltet wurde. Mit Granitbänken, mit Eichenbohlen, etwas ganz Individuelles. Der Fußboden hier ist selbstverständlich mit Parkett ausgelegt. Schon die Diele im Eingangsbereich bietet genügend Platz, sodass man sich auch wirklich wohlfühlen kann. Das Badezimmer in dieser Etage ist sehr hochwertig mit italienischen Fliesen ausgestattet. Und gleich hinter dem Badezimmer schließt sich das Elternschlafzimmer an. Die Fenster im Haus sind als Holzfenster ausgeführt mit Sprossen. Sie verfügen über Außenrollläden und auch über Fliegengitter. Eine bequeme Holztreppe führt in die obere Etage. 2007 ist hier noch einmal ein Loft entstanden. Das ist das absolute Highlight der oberen Etage. Eingebettet und umrandet von einem Balkon. Und gegenüber befindet sich das Gästehaus. Derzeit wird es durch eine alte Dame genutzt, die hier noch ein Wohnrecht hat. Sie zahlt dafür die Nebenkosten. Und hinter dem Gästehaus erschließt sich das Gartengrundstück. Insgesamt verfügt das Grundstück über ca. 1464 Quadratmeter. Aber zurück zu unserem Loft. Die Fenster hier sind mit einer hochwertigen RAF-Store-Anlage ausgestattet. Das Dachgeschoss verfügt über ca. 88 Quadratmeter Wohnfläche. Dieses Zimmer wurde als Kinderzimmer genutzt. Die Leiter führt auf einen Schlafboden. mit einem Schlafboden zu besuchen. Auf Wiedersehen. Ein zweites Zimmer hier oben wurde ebenso als Kinderzimmer genutzt. Bei der Gestaltung dieser Etage wurde sehr viel darauf geachtet, dass alte Holz- und Balkenelemente erhalten geblieben sind. Dieses Badezimmer fungierte bisher als Kinderbad. Sehr dekorativ ist auch diese Steinwand, die extra so hergerichtet wurde. Begleiten Sie uns nun noch in das Kellergeschoss. Hier hat man nochmal eine Fläche von ca. 72 Quadratmetern. Es ist eine Gasbrennwertherme vorhanden mit Warmwasserspeicher. Zusätzlich gibt es auch noch Solarflächen auf dem Dach. Die Heizungsanlage wurde 2008 erbaut. Neben dem Heizungsraum verschiedenen Abstellmöglichkeiten haben Sie auch noch einen Sauna- und Fitnessbereich. Die Sauna verbleibt im Haus. Die Sauna wurde 2008 gebaut und zwar aus Polarfichte. In diesem Raum haben Sie nochmal Wirtschaftsmöglichkeiten. Hier ist auch der Waschmaschinenanschluss und danach gibt es nochmal einen Abstellraum. Für die Garten- und Poolbewässerung ist ein Brunnen vorhanden. 2014 wurde eine automatische Bewässerungsanlage errichtet. An diesem Grundstück fehlt es an nichts. Es gibt das Haus, ein Gästehaus, den Pool, eine Doppelgarage, ein Carport und noch eine Werkstatt. Sind Sie neugierig geworden? Wir freuen uns auf einen Besichtigungstermin mit Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017